Ein Bekannter von Königin Camilla hat verraten, dass ihre Majestät und hochrangige Palastbeamte besorgt sind, dass der Workaholic König Charles auf dem Weg zum Burnout sein könnte. Obwohl bei König Charles Anfang des Jahres Krebs diagnostiziert wurde, zeigt er kaum Anzeichen einer Verlangsamung, obwohl er sich immer noch einer zermürbenden Krebsbehandlung unterzieht. Der Monarch stattete Sausport Anfang dieser Woche einen rührenden Besuch ab und trat im vergangenen Monat mehrmals öffentlich auf, obwohl er offiziell Sommerferien in Belmorel machte. Nun hat ein Bekannter von Königin Camilla verraten, dass ihre Majestät und hochrangige Palastbeamte besorgt sind, dass der Herrscher auf dem Weg zum Burnout sein könnte, da sein voller Terminkalender seine Chancen auf eine vollständige Genesung im Kampf gegen den Krebs beeinträchtigt. Königin Camilla hat ihre Bedenken bereits zuvor geäußert und Gratulanten öffentlich gesagt, dass sie möchte, dass Charles sich benimmt und langsamer macht, aber ihr halb scherzhafter Ton bei diesen Gelegenheiten scheint echte Besorgnis im Privaten über die Zurückhaltung ihres Mannes zu verbergen, seiner Genesung Priorität einzuräumen. Ein Freund von Königin Camilla sagte gegenüber dem Daily Beast, Camilla wäre zutiefst unglücklich gewesen, dass er seinen Urlaub, den er erst am Montag begonnen hatte, am Dienstag abbrach, um einer unglaublich intensiven Verpflichtung nachzugehen. Natürlich versteht sie, dass es sehr wichtig war, und sie würde auf keinen Fall versuchen, Charles zu sagen, was er zu tun hat, aber das Timing scheint außergewöhnlich. Sie möchte, dass er langsamer macht, sie hat Angst, dass er zu hart arbeitet, und das, bevor man überhaupt zur Australientour kommt. Express.co.uk enthüllte im Juni exklusiv, dass Palastbeamte die Grundlagen für die Teilnahme des Königs am Treffen der Regierungschefs des Commonwealth im Oktober und eine Tour durch Australien legten. Das 27. Cho-GM wird das erste unter der Regentschaft des Königs sein. Cho-GM besteht aus 56 Mitgliedsländern aus Afrika, Asien, der Karibik und dem Pazifik und wird das erste Mal sein, dass das hochrangige Treffen von einem kleinen Inselstaat in Samoa ausgerichtet wird. Der Auftritt ihrer Majestäten in Samoa wird von einer abgespeckten Australienreise begleitet. Die Quelle fügte hinzu, dass dieser Besuch als entscheidend für die Aufrechterhaltung der Loyalität Australiens gegenüber den Commonwealths angesehen wird, insbesondere da die Forderungen nach einer Republik in Australien immer lauter werden und der König entschlossen ist, auf jeden Fall aufzutreten. Eine andere Quelle sagte dem Daily Beast, ich denke, es gab viele positive Berichte darüber, dass es dem König gut geht, er wieder an die Arbeit geht und so weiter. Aber wissen Sie, er hat Krebs. Es geht ihm nicht gut. Meiner Meinung nach sah er am Dienstag ins Hausbord gebrechlich aus. Man muss sich nur Fotos von heute im Vergleich zu vor einem Jahr ansehen und es ist offensichtlich. Er hat viel Gewicht verloren und ist deutlich gealtert. Camilla hat ihm gesagt, er solle eine Pause machen, aber er ist ein Workaholic, er hört nicht darauf.